Die Weihnachtsvorschläge sind vorbei. Weihnachten ist rum, wenn ihr euch das anguckt und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich habe jetzt noch eine Top-Ten-Liste erstellt. Das heißt, nur bezogen auf das Jahr 2021. Die zehn Videos, die am meisten angeschaut wurden. Es ist zum Teil überraschend, wie da die Zusammenstellung ist. Eine Handvoll Videos von den Top-Ten sind schon fast zwei Jahre alt und halten sich unentwegt an der Spitze und ein paar andere sind halt in diesem Jahr neu dazugekommen. Schaut euch das an. Lasst euch überraschen, was da unter den Top-Ten ist. Und diese zehn Videos haben in diesem Jahr über 23.000 Views gehabt. Das ist für meinen kleinen Channel eine enorme Zahl und macht mich auch ein ganz klein bisschen stolz. Wenn ich daran denke, was der Grund für meinen Channel ist, ist das etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Ich habe neue Begleitmusik aufgenommen. Vielleicht habt ihr auch Spaß daran. Schaut euch das an, hört euch das an. Viel Spaß beim Zugucken und vielleicht habt ihr eine Inspiration aus den Top-Ten-Videos, die ihr so noch nicht gesehen habt. Und dann könnt ihr das nachkochen, nachempfinden und viel Spaß dabei. Also guten Appetit und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.